Hä? 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 Was geht ab? Ähm, ja. Ach, ich staht ja oben, ne? Wir sammeln mal hier Blut ein. Hey, wie ist die Mutter hier gemacht? Wir sollten sie discoveren. Ich kann ja mit denen das kaputt machen alles, ne? Hier war ich ja drin Sind zwei Spalten Jo, deine Mutter Das ist so krass, Alter Wie die Leute einfach drauf sind Ist da auch schon oben? Ähm Schloss verriegeln Ein Ausgang dicht Wieso ist denn hier zu? Ich muss erst mal einen 10 km Umweg laufen Das ist alles Da unten einen aufgedeckt Jetzt kriegt jemand mal ein Licht an Wo sind wir hier? Hier kann einer hochkommen So, haben wir jetzt zwei Dinger verschlossen Nehmen wir noch Blut mit Dann gucken wir nochmal, ob wir ihn aufdecken können Ein aufgedeckt Ja, ich wollte ja hier eigentlich alles abchecken Der Koffer hat keine Ausdauern, ne? Ist das Ding fertig? Ne, hier müssen sie raus, ne? Ne, ich glaube ich will unten die andere Tür Erregeln Zweite Haustür Aber die muss ich erst mal finden Ich kenne mich ja hier nicht aus Da ist eine lang gelaufen Der Penner Hier ist auch eine Sicherung Okay, hier geht's auch raus Da hinten rennt er Was stand da gerade? Großvater, wo liegst du? Großvater hat keinen Hunger Ist der schon tot, der eine? Oder hat er keinen Bock gehabt? So, hier kommt er nirgendwo hin Nur wieder runter in den Keller Da ist er So, der hat jetzt ein paar verpult bekommen Der ist handlungsunfähig Okay, er ist bewusstlos Opa in den Keller Wo ist der Großvater? Wo ist der Großvater schon wieder hin? Oh, der ist aber Agro jetzt Geht das noch zu? Ich will ihn füttern Das sind so sneaky, die Ratten Aber Bubba macht alles kaputt Das ist gar nicht so schlecht Hallo Wie kommt der denn hier schon wieder hin? Ach da, der kennt sich hier schon bestens aus Noch ein bisschen Blut Der Schlingel Oh, der ist ja Oh, der ist ja Ich hab ihn noch mal getroffen. Ich muss das nicht machen. So Großvater, wo bist du schon wieder? Ach, irgendwann werde ich mich vielleicht in meinem eigenen Heim... Okay, also er musste da hinterher kommen. Aber noch zwei Leute hier. Ich mach die Tür mal wieder zu. Du Mistratte. Ja, die Tür muss auf jeden Fall wieder zugemacht werden. Aber ich glaube... Ich weiß nicht, ob die dafür wieder Dietrich brauchen. Ich sag bloß, der entkommt da hinten, oder was? Sag bloß, der entkommt da hinten, oder was? Ach, die Leiche. Ah, kommt hier einer hoch? Ne. Da ist noch zu. Aber ich glaube, wir machen relativ gut Stress hier. Ach, kacke, ich muss die andere finden. Du kannst nicht immer noch das Spiel bereit sein. Aber eigentlich könnte ich die Tür vorne jetzt auch auflassen. Damit wir besser auch beim Fenster hinterher kommen, wenn wir da rausspringen. Hier unter mir müsste einer sein. Hier unter mir müsste einer sein. Bei mir, Männer! Bei mir, Männer! Folgt ihr! Ja! Verdammt! Oh mein! Hier hinterher, Mensch! Also, er macht kaputt. Verdammt! Der ist nach Abenteuer. Echt, der steht. Hier ist dieser. Hier sind wir. Hier ist dieser. Und mal ein bisschen Blut. Hier ist es kaputt. Hier liegt er denn wieder, die Leiche. Keiner drin. Das war der Fernseher, ich dachte gerade, da schreit ein zartes Mädelein. Oh, der wird gejagt. Mach mir echt Sorgen, dass der Generator aus sein könnte oder hinten die Batterie. Wir werden das verabschieden, Papa. Hier ist auch noch zu. Das heißt, die gehen immer vorne raus. Die gehen immer vorne raus. Dann sehen wir die Leiche. Strom ist an. Ich hoffe, die lesen das auch. Der ist echt sneaky. Jetzt gucken wir uns hier noch ein bisschen. Alter, Bubba hat ja alles kaputt gemacht. Oh, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das habe ich doch mal gemacht, oder nicht, ne? So, hier gibt es doch viel mehr Räume. Wieso finde ich die denn nicht? Hier kann man auch rausspringen. Die ist noch drin. Aber hier komme ich leider nicht hin. Ach, scheiße, Digga. Da oben ist sie. Wenn ich sie nicht. Also, wenn ich mir lebe, woher ich es nach. Der ist jetzt doch. Dann bin ich jetzt. wie immer wieder zurückgezogen bin. Denn ich nehme mir vor. Und ich bin mir davon. Und ich bin rein. Ich bin da. Ich bin da. Und ich bin mir da. Los, geh'n da! Wieso kommt da keiner hin? Da muss der andere hin! Der Anhalter muss da hin! Der Anhalter muss da hin! Der Anhalter muss da hin! Okay, jetzt kann Boba da hin, glaub' ich. Ach, hier ist zu, da kommt sie nicht mehr weg! Der Anhalter muss da hin! 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 Oder was? Ja gut, ich hab' sie ja noch einmal getroffen, also noch ein bisschen was verloren an Gesundheit! Ja, die ist verblutet! Kill wurde niemandem zugeschrieben! Toddurchfuhrbluten! Ja, aber ohne den Anhalter, der durch die ganzen Dinger mit durch kann, wird das denn echt schwer oben, ne? Nur Boba war da und ich, und ich kann nirgendswo hinterher! Ja! 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 Ja!